Dieses hier angebotene Objekt befindet sich im Rhein-Sieg-Kreis. Das Objekt wurde 1975 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über zwölf Parkplätze. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Der Preis beläuft sich auf 698.000 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet.